Next ist ein Azubi-Netzwerk der Volksbanken Raiffeisenbanken und es ist dafür da, die Azubis zu vernetzen. Es ist aber auch dafür da, Schüler zu informieren über die Ausbildung bei den Volksbanken Raiffeisenbanken. Der Next Blog wird gefüttert von Beiträgen der Botschafter, aber auch von anderen Azubis, die darüber berichten wollen. Aus erster Hand, wie die Ausbildung bei den Volksbanken Raiffeisenbanken so abläuft, die beste Informationsquelle eigentlich für Schüler. Die Banker sind nämlich eben nicht so langweilig, wie immer gesagt wird. Wir versuchen die Klischees aufzuräumen. Wir sind ganz normale Teenager. Ich finde Startups super spannend und freue mich da schon, was da präsentiert wird auf jeden Fall. Ich bin einfach gespannt, wer hier so alles ist und werde mir das alles mal ganz genau angucken und hinterher darüber berichten können hoffentlich. Ich bin einfach nicht so langweilig, wie immer gesagt wird.